Ja und dann war es einfach Augen zu und durch. Also nicht viel nachgedacht, einfach geradeaus durchgelaufen, einen Ball gesehen, reingeköpft und dann erst mal überhaupt nicht registriert, was überhaupt gerade passiert ist. Also ich habe die Bilder gestern geschätzte 80 Mal noch mal gesehen und konnte es immer noch nicht glauben. Mittlerweile ist es eigentlich auch immer noch so, dass man das einfach ganz schwer irgendwie begreifen kann, was da gestern für mich persönlich einfach passiert ist.